Die heutige Podcast-Folge möchte ich gerne mit einem Zitat von Computerbild starten. Und zwar lautet diese, neue Studie belegt, Google Suchergebnisse werden immer schlechter. Laut einer Studie lässt die Qualität bei den Ergebnissen der Suchdienste nach. Eine neue Studie kommt zu der Erkenntnis, dass Google, Bing und DuckDuckGo bei der Qualität ihrer Suchergebnisse immer weiter nachlassen und Spam weit oben anzeigt. Die T3N titelt, deshalb wird die Google Suche immer schlechter, laut einer einjährigen Studie. Die Google Suche wird immer mehr von minderwertigem SEO-Spam geflutet und entsprechend schlecht in ihren Ergebnissen. Durch KI könnte das Problem noch größer werden. Zitat Ende. Der Mitteldeutsche Rundfunk liefert noch eine Headline, die da lautet Google und Co. liefern Suchmaschinen nur noch Unsinn. Wenn man sich diese Überschriften und die ersten ein, zwei Absätze der Artikel dann so anschaut und einfach nur überfliegt, dann könnte man tatsächlich auf den Gedanken kommen, hey, Google wird immer schlechter bzw. die Suchergebnisse werden immer schlechter. Aber ist das wirklich so? Und was sagt diese Studie, auf die sich alle beziehen eigentlich genau aus? Kann ich denn daraus wirklich den allgemeinen Rückschluss ziehen, dass die Google Suche immer schlechter wird? Natürlich denkt jetzt jeder, dass die Glaubwürdigkeit einer Aussage höher ist, wenn sie mit einer Studie von Wissenschaftlern oder Forschern unterlegt ist. Ich muss an dieser Stelle immer an die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling denken. Vielleicht kennst du ihn ja. Marc-Uwe Kling, das ist so ein Kleinkünstler, der diese Känguru-Chroniken geschrieben hat. Die anderen Bücher von ihm sind Känguru-Manifest, Offenbarung, Känguru-Apokryphen. Ich verlinke dir die, den Marc-Uwe Kling natürlich auch in den Shownotes. Aber weshalb muss ich jetzt an ihn denken? Das möchte ich dir kurz sagen. Und zwar hat er in dem Buch mit den Känguru-Apokryphen darüber gesprochen, dass laut dem Känguru die Steigerung für Glaubwürdigkeit eines Gerüchtes wie folgt aussieht. Zitat, erstens habe ich gehört, zweitens habe ich gelesen und drittens haben Wissenschaftler herausgefunden. Und hier möchte ich den Marc-Uwe Kling auch nochmal zitieren. Also Zitat, ich habe in einem britischen Geheimdienstbericht gelesen, dass schwedische Wissenschaftler in Langzeitstudien an Finnen herausgefunden haben, dass und so weiter. Zitat Ende. Und wir schauen jetzt mal, wie es mit der Glaubwürdigkeit der Aussage steht, dass Google-Suchergebnisse immer schlechter werden. Naja, so wie die Überschriften in den Medien klingen, liegt es ja nahe, dass die Qualität der Suchergebnisse bei Google sinkt. Aber was sagt denn diese Studie eigentlich aus? Wie ist denn die Studie eigentlich aufgebaut? Und vor allen Dingen, mit welchem Rückschluss aus dieser Studie kann ich wirklich rausgehen und diese Behauptung aufstellen? Und was bedeutet das überhaupt für die Suche von Google? Das sind also ganz wichtige Fragen. Und wie reagiert Google selbst auf diese Vorwürfe? Jetzt nicht ganz konkret von diesen Wissenschaftlern oder Forschern, sondern vor allen Dingen auf diese allgemein gefühlte Qualitätsverringerung der Suchergebnisse. Aber lass uns als erstes mal in die Studie reingehen und schauen, ob man aus der Studie tatsächlich den Rückschluss ziehen kann, dass die Google-Suchergebnisse generell, wie oben geschrieben, schlechter geworden sind. Können wir machen. Die Studie verlinke ich selbstverständlich auch in den Shownotes. Die Studie ist ein, ja, circa 16-seitiges PDF und es ist eine wissenschaftliche Arbeit. Deshalb kann man da auch sehr genau lesen, wie die Studie entstanden ist. Außerdem hast du die entsprechenden Fußnoten dazu und du kannst dir das halt ganz in Ruhe alles auch durchlesen. Aber ich möchte jetzt auch nicht die wissenschaftliche Studie an sich durchgehen, sondern hier den Kern nochmal ganz kurz erfassen. Und zwar hat man sich, um den Zusammenhang zwischen Suchergebnissen und Suchqualität herauszufinden, hat man sich sogenannte Product Review Queries geschrieben, also Produktabfragen. Das steht alles ganz akkurat in der Studie drin, wie man das gemacht hat. Der Kernpunkt ist, dass die in der Studie auch drinsteht, wie man es gemacht hat. Und hier zitiere ich nochmal auf Englisch. To find review pages for a wide range of products, we created a large list of search queries of the form. Best product category. The product category is a placeholder for a category. Zitat Ende. Also ich will das jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, aber der Sinn ist, dass man sich gesagt hat, ich suche eine beste Produktkategorie, also ja quasi Produktkategorie und das trage ich den Suchschlitz ein und schaue, was dann rauskommt. Also ich trage in den Suchschlitz ein, beste Kopfhörer, beste Waschmaschine, bestes Sushi-Messer, bestes E-Bike und so weiter. Das heißt also, ich habe das Wort Beste und danach ein Produkt und quasi nichts weiter, also sehr kurz und sehr knapp. Die Suchergebnisse, die dann rauskommen, hat man überprüft nach Überschriften und auch wiederum nach bestimmten Wörtern, die dort auftauchen sollten, wie zum Beispiel unser Favorit ist oder das Beste oder wie nutze ich das oder wir haben getestet und so weiter. Den ganzen Rest der Studienmethode kannst du natürlich selber nachlesen. Was hat man jetzt in der Studie herausgefunden? Also um es kurz zu sagen, hat man herausgefunden, dass die Ergebnisse, die bei Google ganz oben stehen, ganz explizit für Suchmaschinen optimiert worden sind und deshalb eben auch höher renken. Man kritisiert auch in der Studie, dass die, also die Webseiten, die eben oben stehen, dass die für Suchmaschinen optimiert sind und halt keinen tollen Nutzen für Leserinnen und Leser bzw. Nutzer und Nutzerinnen bieten. Ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, dass die Studie an dieser, an diesem Punkt schwächelt. Wenn ich natürlich einfach nur zwei Wörter nehme und in der Suchmaske Best und dann einfach ein Produkt mit eingebe, lande ich ja selbstverständlich auf Affiliate-Seiten und auf Marketing-Seiten, die oben stehen. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, wer nicht richtig suchen kann, der bekommt dann eben genau auch diese Affiliate-Links ausgespielt. Allerdings glaube ich nicht, dass man den Rückschluss machen kann, den die Zeitung machen. Wenn ich mich in das Feld der Affiliate, des Affiliate-Marketings begebe und mich mit Spam-Webseiten beschäftige, daraus den Rückschluss zu machen, dass die Suchergebnislisten von Google generell schlechter werden, das ist einfach nicht richtig. Obwohl genau das legen ja die Überschriften und die Artikel nahe. Ja, ich bin da völlig bei dir. Wenn ich in die Suchmaske so einen Begriff wie beste Waschmaschine zum Beispiel eingebe, dann ist ja die Suchintention, dann liegt ja die Suchintention darin, dass ich einen Vergleich machen will oder Testergebnisse haben will. Also in meinen Augen gehören immer zwei Seiten dazu, der Suchende und natürlich die Suchmaschine, die dann das Ergebnis ausspielt. Und spätestens nach dem dritten Resultat sehe ich ja, dass die Suchergebnisse nicht befriedigend sind. Also müsste ich dann meine Suchintention vielleicht verändern, dann nochmal nachdenken, ja was will ich denn wirklich? Vielleicht will ich auch eine Waschmaschine kaufen. Also nicht so den Vergleich haben, sondern erstmal Kaufangebote haben. Und dann gebe ich diesen anderen Suchbegriff nochmal in die Google-Suche ein. Und dann kommt ja Google auch vorbei und macht mir Vorschläge, was auch andere Nutzer suchen. Also Google schlägt mir explizit vor, ob ich einen Toplader kaufen will oder einen Frontlader. Also dahingehend geht ja dann die Suche auch noch tiefer und das kann ich ja alles nutzen. Also der Ansatz ist schon mal wirklich sehr fragwürdig und es ist wirklich sehr schade, dass die Medien das so aufgegriffen haben und eine ganze Branche in Verruf bringen. Denn es ist ja eigentlich wirklich so, dass Google ja immer wieder auch als Mantra hat, wirklich das beste Suchergebnis an den Suchenden rauszugeben. Also es wird offen kommuniziert, dass es ja nicht darum geht, für die Suchmaschine zu optimieren, sondern wirklich für den Suchenden. Und na klar muss Google darin auch besser werden und erkennen, was ist Spam-Inhalt, was ist schlechter Inhalt, der mit KI generiert wurde und wo überhaupt nicht nachgedacht wurde. Da steht natürlich auch Google vor großen Herausforderungen und Aufgaben. Aber die sind ja nicht umsonst die beste Suchmaschine der Welt. Auch immer noch jetzt, wie KI schon Einzug gehalten hat, auch bei Bing und Microsoft, besitzen die immer noch über 90 Prozent Marktanteil. Also das mal nur so nebenbei gesagt. Da du gerade Google erwähnst, lass uns die Seite auch noch mal betrachten, denn wir haben ja mehrere Seiten der Medaille. Google, so wie du sagst, hat das Problem ja tatsächlich auch schon erkannt und nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern Google hat das Ganze auch schon kommuniziert und zwar im letzten November. Damals gab es einen Tweet von Google bezüglich der Qualität von Suchergebnissen. Der Tweet besagt im Prinzip, dass Google weiß, dass sie die Ergebnisanzeige verbessern müssen. Und ich zitiere einmal hier auf Deutsch. Google schreibt auf Twitter jetzt X. Sagt man noch Twitter? Man sagt X. Auf der Plattform X. Ich zitiere. Es kommt so viel auf uns zu, dass ich nicht sagen möchte, dass wir uns anschnallen sollen. Denn diejenigen, die gut auf den Menschen ausgerichtete Inhalte erstellen, sollten gut zurechtkommen. Aber wie gesagt, es sind eine Menge Verbesserungen in Arbeit. Zitat Ende. Also ich finde, das ist zwar ein bisschen kryptisch, aber die Kernaussage ist ja eigentlich relativ klar. Es ist natürlich eine interessante Thematik, wie jetzt Google auf das Thema der KI-generierten Inhalte reagieren wird. Wir hatten in einer vorherigen Podcast-Folge schon einmal das Thema KI-Inhalte relativ tiefgründig besprochen. Das war die Folge 82 mit dem Titel Straft Google KI-Inhalte ab. Die Folge war vom August 23. Hör doch einfach gerne mal rein, wenn dich dieses Thema interessiert. Letzten Endes ist es ja so, in dem Moment, wo du künstliche Intelligenz als Werkzeug benutzt, passiert erst mal überhaupt nicht viel bei Google. Weil du natürlich logischerweise deine Texte kennst, weil du deine Thematik kennst, weil du Experte auf deinem Gebiet bist, und weil du KI als Inspiration nimmst und als tolles Werkzeug für deine Arbeit. Wenn du natürlich einen Text aus KI generieren lässt und überhaupt nicht verstehst, worum es überhaupt in diesem Text geht, welches Produkt dort beschrieben ist, wenn du den Text auch nicht querliest, sondern den einfach online stellst, dann ist das halt so der Klassiker, wo man sagt, ja gut, das kann ja nichts werden. Das ist dann eben der SEO-Spam oder Content-Farm oder wie man das halt immer bezeichnet. Und außerdem ist ja natürlich das ganze Thema der Suchmaschinenoptimierung wesentlich komplexer, als es sowohl in der Studie als auch in den bereits zitierten Nachrichten dargestellt ist. Suchmaschinenoptimierung hat ja auch damit was zu tun, welche Technik ich einsetze, welche Inhalte ich habe, welche Erfahrung ich teile, bin ich Experte, habe ich Autorität, habe ich das Vertrauen meiner Nutzer. Also es zählt da ganz viel dazu, zum Beispiel auch Backlinks, die auf meine Webseite gehen und so weiter. Also Suchmaschinenoptimierung ist da schon etwas komplexer, als es hier anhand des Beispiels beste Kopfhörer dargestellt ist. Aber vielleicht wiederhole ich mich, die Studie hat sich halt explizit in das Affiliate-Feld der Produktbewertung gewagt und die Rückschlüsse, die in den Medien laut geworden sind, die wurden halt sehr verallgemeinert. Von dem Verfasser dieser Studie gab es zum Beispiel auch ein Interview im Deutschlandfunk. In diesem Interview im Deutschlandfunk wurde quasi die gesamte SEO-Branche in einen großen Topf geworfen. Es wurde von einer Industrie gesprochen und dass dort eben viele Spammer unterwegs sind. Und das wurde eben alles so in einem Atemzug genannt und damit halt auch ein sehr, sehr schlechtes Licht auf die SEO-Branche geworfen, auf Google geworfen, was ja nicht der Realität entspricht. Und ich will nochmal kurz anmerken, wenn ich natürlich eine Studie durchführe und ich konzentriere mich immer auf Affiliate-Seiten, ich klicke immer Affiliate-Seiten an, dann lernt natürlich Google, dass ich an Affiliate-Seiten interessiert bin und dass er mir dann auch entsprechend diese Seiten ausspielt. Wenn du zum Beispiel nach beste Kopfhörer oder beste Waschmaschine googlest, hast du vielleicht ein ganz anderes Suchergebnis als die Verfasser dieser Studie. Also das müsste man auch nochmal berücksichtigen, dass es ja in dem Sinne überhaupt nicht den Platz 1 in Deutschland gibt, sondern jeder hat unter Umständen ein anderes Suchergebnis in Abhängigkeit davon, ob er personalisierte Datenerfassung durch Google zulässt oder nicht. Also da gibt es viele Besonderheiten und mir ist es jetzt nicht bekannt, ob das in dieser Studie so berücksichtigt wurde oder nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt in der Studie auch nicht ganz genau gesehen. Ich glaube, die haben über eine API gearbeitet, aber sie haben eben natürlich auch nur explizit die Strings gesucht, die ich vorhin schon genannt hatte, also die aus den Produktreviews die Strings. Aber darum geht es ja noch gar nicht. Ich will nochmal auf das Interview zurückkommen im Deutschlandfunk. Es lohnt sich diese sechs Minuten sich einfach mal anzuhören. Den Link findest du logischerweise in den Shownotes. Das Interview hat natürlich auch in der Branche ein bisschen Wellen geschlagen. Es gab dazu auch eine Diskussion auf LinkedIn, die ich verfolgt habe. Und dort wiederum macht der Autor in der LinkedIn-Diskussion eine Klarstellung und auch die möchte ich hier zitieren. Ich zitiere. In dem, Klammer auf, recht kurzen, Klammer zu, Interview, ging es um SEO und Affiliate-Spam, nicht um SEO im Allgemeinen. Der Industriebegriff mag missverständlich gewesen sein. Gemeint war explizit Blackhead-SEO und SEO für Content-Farm. Zitat Ende. Und ich finde es wirklich total bedauerlich, wie eben mit Daten, Zahlen und Fakten umgegangen wird. Letztendlich wird ja die gesamte SEO-Branche kritisiert, sodass jemand, der jetzt dieses Interview im Deutschlandfunk hört, diesen Sachverhalt gar nicht mehr richtig einordnen kann und gar nicht richtig verstehen kann. Alles in einen Topf geworfen, fertig, aus. Man hätte als Autor der Studie das natürlich auch im Interview noch mal ganz kurz klarstellen können, wären zwei Sätze gewesen. Das Verhalten des Autors der ganzen Studie ist einfach nicht richtig, im Interview das eine zu behaupten und im Nachgang dann die Klarstellung zu bringen. Ich muss es wirklich aufrichtig sagen und ich sage es auch wirklich so deutlich. Und ich weiß, dass wirklich viele SEOs hervorragende Arbeit leisten und mit ihren Kunden zusammenarbeiten, auf die Qualität achten und keinesfalls in diesem Spam- oder Blackhead-SEO unterwegs sind. Und deshalb breche ich eben auch heute wirklich die Lanze für alle guten SEOs, die eine harte und ehrliche Arbeit machen. Du kannst mir natürlich glauben, wir wissen wirklich, wovon wir reden. Und wenn du deine Webseite sichtbarer machen willst bei Google, dann ist das auch der Weg, den du gehen solltest. Wir unterstützen dich gerne dabei. Du kannst dir einfach ein kostenloses Erstgespräch mit uns unter alsadigital.de slash Erstgespräch buchen. Ein erstes Gespräch gibt uns einfach auch die Möglichkeit, uns gegenseitig kennenzulernen. Du kannst dein Anliegen und Vorhaben kurz beschreiben und wir legen dir kurz da, wie wir arbeiten. Und dadurch finden wir heraus, ob wir hier auch der richtige Ansprechpartner für dich und dein Business sind. Den Link zum Erstgespräch findest du natürlich auch unter den Shownotes. Ich habe den Eindruck, die Shownotes werden diesmal richtig lang. Ja, einen kleinen Abschlussgedanken möchte ich dir jetzt noch mitgeben. Ich hatte es ja bereits schon gesagt, Google ist halt die größte Suchmaschine der Welt mit über 90% Marktanteil. Und daran hat sich auch in letzter Zeit nichts geändert. Und man kann ja einfach mal die Gedanken spielen lassen und sich versuchen vorzustellen, was wäre, wenn sich Google vom deutschen Markt zurückzieht. Kann doch sein, dass Google sagt, ich habe die Nase voll. Der ganze Datenschutz, mir ist meine Geschäftsgrundlage abhandengekommen. Ich muss gucken, wie ich Geld verdiene. Und jetzt kommen die noch vorbei und kritisieren mich, wo ich doch in dem Sinne meinen Service ja kostenlos zur Verfügung stelle. Ja. Wenn Google sich vom deutschen Markt zurückziehen würde, vielleicht auch noch Google Maps mitnehmen würde, dann wäre ich aber nächste Woche in einem großen Elektronikmarkt und würde mich dort vom Verkäufer beraten lassen zu besten Kopfhörern und besten, wie heißen die Dinger, habe ich schon ganz vergessen. Waschmaschinen? Nein, nicht Waschmaschinen, die mich von A nach B führen, Routenplaner. Navigationssysteme. Ach so, heißt das so? Ja. Also diese kleinen Geräte, die wir früher immer benutzt haben, wo wir, ja. Nee, Atlas. Atlas meinst du mit Papier. Ach so, ja, geht natürlich auch, ne? Und auch das kannst du ja jetzt auch tun. Du bist ja ein freier Mensch. Du musst ja Google nicht verwenden, wenn du Google schlecht findest, sondern es ist ein Anbieter und du darfst es nutzen. Es gehören immer zwei Seiten dazu. Also das nur dazu. Und dieses Gedankenspiel, ich finde das ganz interessant. Ich will nicht drauf verzichten, ehrlich gesagt. Und ja. Ja, aber ich wollte dir ja eigentlich noch drei Tipps geben, wenn dir das, die Suchergebnisse von Google nicht ausreichen. Da ist Tipp Nummer eins, dass du einfach mal probieren kannst, auch im Incognito-Modus zu suchen. Also Google hat ja zwei Modi und einmal, klar, hat er deine Daten, mehr oder weniger, je nachdem, wie du die Cookies bestätigst oder nicht oder ob du in deinem Google-Konto eingeloggt bist oder nicht. Und dann kannst du natürlich auch einen Tab im Incognito-Modus öffnen und dort werden die Cookies nicht erhalten und alles wird am Ende nach schließend wieder gelöscht. Und unter Umständen bekommst du hier eben auch unterschiedliche Suchergebnisse ausgespielt. Oder du probierst einfach mal eine andere Suchmaschine aus. Es gibt ja DuckDuckGo und andere Bingen kannst du ausprobieren. Ich kann mich daran erinnern, ich habe das getan und ich fand die Ergebnisse wirklich schlecht oder sie haben mich nicht befriedigt. Anbieter und Nutzer. Also ich bin zu Google wieder zurückgekehrt, denn bei Google habe ich dann verschiedene Vorschläge noch. Ich habe Bilder an den Suchergebnissen. Dann habe ich verschiedene Chromerweiterungen, die mir auch nochmal in der Google-Suche helfen. Also ich bin zufrieden damit, mit Google und bleib dabei. Also wie gesagt, schau dir einfach an, was Google dir noch so anbietet. Auch wenn du dich vertippst in der Suchmaske, dann fragt er dich ja explizit, möchtest du mit diesem Vertipper suchen oder ist das korrigierte Wort, das eigentliche Keyword, möchtest du danach suchen? Oder er zeigt dir Suchergebnisse an, aber weil du sehr kompliziert gesucht hast, fehlt vielleicht ein Begriff. Und Google macht dir am Ende des Suchergebnisses den Vorschlag, es soll unbedingt dieser Begriff mit in der Suche eingeschlossen sein. Wenn du da drauf klickst, dann bekommt der Begriff Anführungszeichen und Google gibt dir alle Suchbegriffe aus, wo dieser Begriff in der Tat vorhanden ist. Also spiel da auch ein bisschen rum und bastel dir deine Suchergebnisse so, dass sie wirklich für dich auch zufriedenstellend sind. Google gibt dir viel, viel Möglichkeiten dafür. Google wird sich natürlich auch in der Zukunft entwickeln, wir können über den großen Teich gucken. Dort ist ja schon im Prinzip die neue Form der Suche sichtbar, nennt sich ja SGE, Search Generated Experience, wo Google natürlich zum Beispiel auch den Punkt einschließen will, die nennen das Perspectives. Das heißt, sie nehmen aus Foren, aus Social-Media-Kanälen einfach persönliche Meinungen, die jetzt nicht unbedingt so überlappend sind zur Suchanfrage, aber um dem Nutzer eben auch andere Meinungen anzubieten und eben nicht nur dir auf Google optimierte und für den Nutzer optimierte Suchergebnisse anzuzeigen, sondern wirklich noch andere Meinungen anzuzeigen. Hier geht auch ein riesen Umbruch vonstatten und es bleibt einfach interessant. Manchmal habe ich das Gefühl, auch mit dieser Studie wurden auch so Ansätze 90er, Anfang 2000er Jahre verwendet, weil ich habe auch mal kurz geguckt, der Begriff beste und dann Produktstring, also meinetwegen beste Waschmaschine, wurde halt gar nicht so oft gesucht wie andere Begriffe. Das hat man vielleicht Anfang 2000er gemacht, da haben wir ja so im Staccato-Stil die Suchbegriffe in die Suchmaske eingehakt, aber inzwischen können wir mit Longtail suchen, können wir ganz anders suchen und das ist natürlich auch, ja das wurde in dieser Studie gar nicht berücksichtigt. So, ich gehe jetzt mal bei Google rein, ich habe Lust auf einen schönen Kaffee und suche einfach mal das beste Eiskaffee in Düsseldorf. Und damit sage ich Tschüss und verabschiede mich. Bis zur nächsten Woche. Ja, ich glaube, ich komme mit in das Eiskaffee, aber ich gucke noch mal eine Sache kurz vorher und ich gehe mal einfach in die Suche bei Google ein und suche nach beste Suchmaschine. Ich bin gespannt, was da herauskommt. Und damit sage ich auch für heute Tschüss, bis zur nächsten Folge der SEO Häppchen am nächsten Mittwoch. Bis dann.